Wir werden trotzdem dahinter warten, weil die vorne kriegen ständig Damage. Ja, ich stelle mich gerade quer. Heute kommt wieder ein wenig zusammen. Achtung! Verteilt euch nicht so viel. Die repariert. Wir kriegen Raketen von der Base. Dann wo steht die Raketen. Dann wo steht die Klarus hinterher Richtung Alphrey. Gegen die Schwerden. Wir sind Maxis. Leitling rechts und uns Jungs. Rechts, rechts, rechts. Da ist noch einer. Nein, der ist ganz schnell abgehauen. Ja, aber wie schnell. Den ist gerade ein bisschen schlecht hier an der Stelle auch. Da ist vieles Geiz. Genau. Das sind zwei Leitlings. Jetzt den vor. Warte, jetzt zwei. Noch alle rumfahren. Danke. Rechts hinter dem Monitor am Lika, Niaschinski. Okay. Da steht er. Jawohl. Ein Leitling ist da. Ein Leitling ist da. Ein Leitling ist da. Ja, bleib vor. Gehen wir mal zurück zum Team in den letzten. Ich muss verstanden. Ja, aber wir müssen zusammenstecken, ja. Bleib zusammen. Das ist das Wichtigste. Wir haben gerade ein Standbild. Das ist ungünstig. Der Leitling ist da. Der Leitling ist da. Ein Leitling ist da. Alles klar. Jetzt schießen wir. Die Panageschütze. Wir sollten zurückziehen. Zurück, zurück, zurück. Ein Leitling. Ein Leitling. Ein Leitling. Achtung Lightning, Süd-Ost Der ist zu weit weg, vergiss es Oh Süd, 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 sorry Die Fahrt, ich bin da hinten Aller da, alle wieder voll Skyt, hier sind 58 bis 96 Leute, also ein bisschen mehr aufpassen jetzt hier Ja Braucht nicht was Besseres gegen die Luft Ja, also Gibt's noch einen Flak, aber haben wir ja keine dabei, glaube ich Nö Flak haben wir keine, gell? Aber eigentlich sind die Baselik Super gegen Flugzeuge Ja, aber die treffen nicht Sando, da haben wir Alle zu mir Da vorne, ja Ja, drauf Achtung, da sind noch ein Haufen Heavys oben Geht nichts zu nah an Wegen den leichten Gut, haben wir Nehmen wir uns, muss noch was sein Da ist noch ein Sandra, da ist noch ein Sandra Oder wir sind hinterher ein, Vaard de Broyd Galaxy, Galaxy Unilip über uns Ganz viele Sky, Sky kommt auf Hooh, 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 lasst den Servus zurück Oh oh, lasst den Servus zurück, Patio, lasst den Servus vorbei Ups wie geht's zurück, Lang times zurück, zurück, ich hab' mit dir gedacht das denn Alle langsam zurück rückwärts gang, nur der Rückwärts gang Rückwärts, rückwärts! Fahr Ich kann Neo. outrageinden Neoshinskin nein äh wie beim鬼 Ich bin neoshinskin nein zurück, zurück ! Ich brauche einen Neoshinsky Nach lon friend Hoge MacRider for uns Neh wir sind auch noch außerhalb der Strasse schon oder kommt er ja noch die was sie zurückziehen wollen hier zurück zurück zu alle die die tosten bitte bei money towers trefft uns alle wenn meine tower hier vorne vom sport möglichkeit für fahrzeuge war man vielleicht sollte das andere fahrtraining machen wir sollten zurückfahren kommen hier massiv nach vorne ja ich hab's gerade massiv zerrissen ich dachte wie wäre es wenn wir zumindest einen mit barrikadenpanzer haben wir ein stück zurück zu ziehen von wo treffen wir sind immer noch mal dazu naja der der was ganz vorm weg fährt ich bin jetzt ein bett noch ein paar bulldogs gegen erhebliche warte ich gebe ich habe noch keinen jetzt kannst du nur auf die preise kommen wir da zu meinen tower servus zu den zanderen haben wir jetzt alle wieder einen zanderer nein nein lab ein gamer king und fukur wir sollten trotzdem hinter dahinter warten weil die vorne kriegen ständig ja ich stelle mich gerade quer dann trifft euch nichts ja bei uns ja eben ja ja aber nicht so hast du mal geschaut ich habe jetzt barrikadenpanzer und da hat man schon ein bisschen mehr aus der führte hat mir erst eine mundeshandel geklaut unglaublich das steht jetzt halt da vorhanden der gegründet nicht alter kriegst du ja wir ernein war krass war weil das eine leute wir fahren hier hoch weil das ist und wir müssen da weg durch die europäer auf der form zur restung und erheben weil wir ihnen das bild runter ja dann hat man das war jetzt warten 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 und alle zusammen hier oben HALO! Bord in den Sandra, ok? Heilt da noch wer? Wir sind Nummer 4 Die zwei sind noch da, wir müssen erst auf der Futur warten Ok Wer weiß auf der Futur? Ich bin doch hinter dir Der rennt hier hin nach wie ein Narischer Ein Sandra ebenfalls Hey, wer bichten da schon wieder aus? Traci oder was los? Wir haben da einen Sandra da stehen Wo? Da rechts, hinter dem Stein Ok, kommt mir nach, mach den Sandy weg Da ist ein Harriser hier Oh, da kann man kommen Da, der hat sich vor den anderen gestellt Kommt da noch vor Ey, der soll mal brennen Den anderen Na, keine Ahnung So, dann gehen wir jetzt wieder zur Gruppe Ihr wisst schon, dass da hinten noch einer lebt, ne? Ja, der ist noch ein Sandra Ja, der hat das Problem, dass da legt Das Drack vom anderen davor Wollen wir schauen Er zieht den Schwanz ein Ja Zu kurz Fabian wieder zu Lappengamer King Ich hab schon gewechselt Fabian wieder zu Lappengamer King Ich und bloß ein Links vor uns ist so ein grauslicher Ika Neo Vor uns ist so ein grauslicher Heavy mit so einer Dreckswaffe Kann halt nicht so gut vor uns wieder vorne Da ist ein Leid Da ist ein Leid Da ist ein Leid Was? Da vorne steht ein Sandra Sehen Sie den Jungs Vorne rechts beim Hügel Vorne rechts 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 beim Hügel Ja genau dort Ja, ja, ja Sehe ich Es ist weggefahren Es ist weggefahren Ne, ich kann ein... Da steht noch einer Der ist deployed Aber wir können ihn treffen Von hier aus Ja, ich beschießen schon Er ist weg Wo? McRider sind noch bei vor uns Ja, zusammenbleiben Guckt mal ein bisschen um euch Ich dachte noch jemand C4 oder so legt Fahr zurück Servus Ah, wir sind zu weit vorne Der random lässt sich grad nicht mehr Nein Lass ihn Servus durch Ach, das ist der random Hinter uns, hinter uns sind Ist zwei Leichte Leitning, Leitning, Leitning Und Leitning hinter uns, hinter uns Leitning Das sind zurück Zurück, zurück, hinter uns Zurück, hinter uns Das ist ein Leitning Und Merkwarte Ganz viele von Südwesten Ganz viele von Südwesten Du führst den Druck Wendem Er pisse dich Und Sandra Ich hab mich schon vom Weg umgesetzt Warte mal Boah, Wendem Ich bin raus Boah, dich sehr Wendem Sehen sie so behindert einfach Vielleicht jetzt alle durch den Wendem gestorben Ja Ich hab aber da blockiert Wo kann ich einsteigen Also ich bin bei Mani Tower Du siehst In die Schreis, Sandra Aber von hinten herum, nicht von vorne herum Ja, du siehst dann noch Ja, du siehst dann noch Ja, ich So, wer braucht jetzt da einen Sandra Ich Ich brauch meine zwei Gunner wieder Ich eventuell Unterwegs Warte, wir kommen Hier draußen steht einer Stopp, 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 ja Achtung, 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 Achtung Nein Haben wir schon mal alles Ich bleibe auf Laft stehen Bei Lappen Gamer King fehlen noch die Gunner Ja, ich bin auch, äh, ja, toll, nein, eigentlich ja Eigentlich ja Brauche ich noch ein bisschen Anti-Panzerwehr, Abwehr Aber Sind alle jetzt da? Mh, nein Wo muss ich denn hin? Zu mir Wo bist du? So, so, Sandra, anderer Seite wo du bist Ja, ich lauf schon Wo bist du im Achtung? Ja, der Pferd da vorne, äh, hol man ab Vorsicht, äh, Harvisser 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 Harvisser, auf der rechten Seite Jungs, rechts Kein Harvisser